Okay, Sieg geht normal. Ähm. 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 Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Okay, der ist wieder da hinten. Alter, ist der gruselig. Nein. Warum? Warum? Okay, der befummelt erst mal hier alle. Oh nein, ich sehe schon, wir brauchen was zum Werfen. Und das ist da hinten, wo er jetzt gerade chillt. Langsam müssen wir das machen. Oh nein, jetzt ist er ausgerechnet hier. Okay, wenn er gleich weiter vorne ist. So, wir haben den Würfel. Kann er nicht mal woanders hingehen. Warum ausgerechnet immer hier? Okay, jetzt chillt er da. Ich hoffe, der geht wieder zurück. Oder so. Ah, okay. Sie geht uns schon mal den Weg vor. Ist er gespeichert? Keine neue Kopfbedeckung? Ich will eine neue Kopfbedeckung haben. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, die Taschenlampe anzuhaben. Ich weiß nicht, ob es schlau ist. Ich weiß nicht, ob es schlau ist. Ich weiß nicht, ob es schlau ist. Mist, wir brauchen hier einen Schlüssel. Okay, dankeschön. Da ist der Schlüssel. Okay, der Weg wird nicht mehr funktionieren. Oder warte. Hier vielleicht? Ja, okay. Der Weg funktioniert. Und wir haben den Schlüssel. Ah, okay. So, gibt es da drinnen was? Ah, okay. Den Weg hätten wir so oder so nicht gehen können. Schade eigentlich. Du hast gerade eine Scam-Attacke gehabt. Was ist passiert, Nick? Also, was für du... Hä? Erstmal Stachelchen nervös gemacht. Okay. So, einen Moment. Die C-Bots. Achso, ich dachte bei dir im Stream. Ihr wollt jetzt gerade vom Handy schauen, was da passiert ist bei dir. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Kann das sein? Boah, ich freue mich schon, sobald ich solche Scam-Bots bekomme bei mir auf dem Discord. Das ist bei mir zum Glück noch nicht passiert, bei Hale zum Glück auch noch nicht. Das wäre sonst richtig viel Arbeit, so da zu moderieren. Die Dinger wegzumachen. Der ist schon wieder da hinten. Oh nein. Ist das, was ich suche, das da oben? Muss ich jetzt einen Weg dahin finden? Oder muss ich an ihm nur vorbei? Alter, wie macht der das, dass er von der Decke hängt? So, der krabbelt auf der Decke. Ich dachte schon, er wird jetzt sie sehen. Okay, wie soll ich da rankommen? Über die Leiter wahrscheinlich. So, der versteckt hier drunter. Er kommt jetzt hier hin. So, kann ich jetzt an seinem Fuß hoch? Nee. Ah, okay. Nein, wo wärst du denn? Alter, hört sich das komisch an da hinten? Ähm. Nein! Der wusste genau, dass ich da drunter bin. Geh auf, Bus. Renn. 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 Und... Wir haben dir sich erst mal die Hände da. Kann ich mich da zusetzen, irgendwie? Ich kann mich nur hinhocken. Das muss angenehm warm sein, glaube ich. Okay, rein keine gute Idee. Aber jeden dummen Tod nehmen wir mit. Komm, willst du dich nochmal dran setzen ans Feuer? Okay, will sie nicht. Dann komm. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, zwei große Gegner besiegt. Also getötet. Die Lehrerin haben wir nicht getötet. Der Lehrerin sind wir entkommen, aber die haben wir nicht getötet. Warte mal, müssen wir da hin, oder? Ich glaube schon. Ich würde gerne noch mehr Hüte finden. Okay, wir müssen durch die eine Tür. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, wir sind wieder draußen. Gibt es hier Hüte? Darum liegen eigentlich so viele Schuhe rum. Da hinten ist irgendwas runtergefallen. Da können wir eh nicht drüber, okay. Komm mit. Achso, Freddy, jetzt habe ich das erst geliehen. Willst du einen Orden dafür, dass du keinen Hammerklauch begangen hast? Ja, den hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen Orden dafür, dass ich keinen begangen habe, ja? Wieder eine große auf eine... Ne, doch. Freddy, dafür musst du erst mal wissen, wo meine Fußmatte ist. Komm, 8WG. Das wäre es noch, wenn ich keine Fußmatte besitze. Was ist das für eine Musik? Ich glaube, da hört jemand Schlager. Alter, wie der sich... Wie der sich gerade bewegt hat. Das will ich sehen, wie das funktioniert. Dass die aber auch dann Wasser- und Trittbeständig ist. Also, ich bin bereit, um sie auch zu fangen. Okay. Brauchte ich nicht. Was ist das mit dem? Und warum bewegt... Warum bewegen die sich immer so komisch? Oh, warte mal, da. Süßer kleiner Fratz. Den hatten wir vorhin mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen. Interessant ein Fernsehprogramm, den sie da schaut. Er ist sogar meine Lieblings-Sendung. Ja, wenn man nichts anderes im Leben hat, außer Bildschirmrauschen anzugucken. Okay, ähm... Fernsehen in der Badewanne. Warum nicht? Okay, ich dachte, wir fahren nach unten. Ne, wir fahren nach oben. Du brauchst einen Schlüssel. Hä? Wo muss ich... Ach, da! Boah, noch rechtzeitig gesehen. Frag mich, was Aide jetzt macht. Im Fahrstuhl warten, ne? Ja, da wartet sie. Uh, da... Da sieht aus, als wäre da... Ich kann da... Nicht nach rechts rüber, okay. Okay, da oben geht's auch noch weiter. Ah... Ja, da oben. Ja, Min. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Durch die Tür? Ich glaube nicht. Oh, sorry, Eight. Hier sonst noch irgendwas vielleicht? Autsch. Okay, sie wartet auf irgendwas, aber auf was? Will sie mit mir jetzt Fahrstuhl fahren, oder wie? Aber warum mussten wir jetzt hier nach oben? Hoppala. Habe ich nicht gedruckt gehalten? Und jetzt? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Was mach ich jetzt ohne Eight? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Okay, so rum war das. Da ist ein Weg. Gibt's aber hier... Da ist aber auch noch ein Weg. Was haben wir hier? Noch so eine? Okay, komm, 8. Äh, nein, nicht springen. Klettern. So. Ähm. Nein! Jetzt habe ich zu sehr nach da oben geguckt. Oh, nee. Was hat es mit diesem Licht da oben zu... auf sich? Ich frage mich wirklich, was... was das macht. Das ist Saurons Gerstenkorn. Ja, glaube ich auch. Okay, jetzt wird sie noch einmal ihren Arm da, äh... ausreißen lassen. Ich frage mich, wie... wie viel hält dieser Arm von hier aus? So, und dann hier nochmal nach oben. In wie viele Häuser will ich hier aber auch einbrechen? Achso, wir können nochmal umlaufen. Na, ich lasse Licht mal an. Ähm. Nein, ich dachte schon, wir haben es... Ich dachte gerade ganz kurz, wir haben es ganz knapp geschafft. Dann wurden wir doch mal zerquetscht. Äh. Nein! Nein! Oh, ich dachte schon... Nein! Ich dachte schon jetzt auch noch... Die Taschenlampe ist kaputt. Okay, komm, 8, wir gehen. Das machen wir jetzt ohne Taschenlampe. Natürlich wieder ein Fernseher. Das ist jetzt der dritte, glaube ich. Ich glaube, die Justiz wird den beiden hier noch aufs Licht kommen. Ich habe so gefühlt, der Tür kommen wir aber auch nicht näher. Die ist jetzt richtig weit weg, finde ich. Du meinst, Belias Feuerregen, das ist die einzige Justiz, die du anerkennst? Doch, wir kommen endlich an die Tür ran. Ja! Ähm. Ähm. Warum bin ich zur Tür gerannt? Mann, mit Hut. Oh nein, der kommt da raus. Der kommt da gleich raus. Oh nein. Wo ist sie hingerannt? Da. Warum versteckst du dich da? Alter. Sue entstehen. Sie wurde einfach mitgenommen? Können wir am Fernseher noch mal irgendwas machen? Oder warte mal, gibt es hier vielleicht noch irgendwie was? Ne, hier gibt es nichts mehr. Okay, wenigstens weich gelandet. Aber wie kommt es, dass wir keine Hüte mehr finden? Es fehlen hier noch so viele. Zwo, vier, sechs, acht. Acht Hüte fehlen uns noch. Ich bin mehr Hüte. Oder findet man die nur in mehreren Durchläufen? Okay, hier ist noch ein Fernseher. Ähm. Ah, okay. Bleibt der jetzt da oben? Okay, der bleibt da oben. Und noch einmal. Finden wir sie noch? Eigentlich ja, wir müssten sie noch mal finden. Ich meine mich zu erinnern, dass wir sie noch mal finden werden. Vor allem, weil das ja auch die Vorgeschichte ist. Also vom ersten Teil die Vorgeschichte. Ähm. Okay, wir haben es überlebt. Ah, okay. Mit wem mache ich das? Gibt es sonst noch was? Also B war vorher die Taschenlampe, jetzt also Fernseher einschalten. Das war's für heute. In der Zeit, dass ihr halt gleichs auch nicht machen. Das war's für heute. Oh well, was das nicht so, ist es» Oh, was das? indem du diesen Tag nicht verdient. Ah, hier. Was, wenn ich das hier ausmache und dann das Ding benutze? Autsch. Ähm. Okay. Ich kann das Ding jetzt also nicht benutzen. Oh. Ich habe hier einen Weg gefunden. Hut! Wir haben den Polizeihut. Oder Kapitänshut. Aber wie komme ich dann da jetzt oben rüber? Wie war denn das nochmal? Einfach rüber springen? Oh. Ja gut, dann war das mit dem Fernseher gerade vielleicht einfach nur dafür, falls man den Sprung verkackt. Ja gut. Ah. Mein Schatz. Wie ist das hier? Ich glaube, das wird reichen. Warte mal. Das ist kein Polizeigut. Postbotenhut. Wir sind in einer Postmeisterei. So, Postamt. Wie fixiert will man aus Fernsehen sein? Na wirklich? Da ist eine Couch? Aber die steht lieber vorm Fernseher. Okay, hier gibt's auch noch einen. Obwohl, was passiert, wenn ich beides ausmache? Bruch das Postgeheimnis ist, die Straftatenliste wird länger und länger. Mehrfacher Raub, mehrfacher Einbruch, Mord, Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Ich kann das schon gar nicht mehr alles aufzählen. Was kommt als nächstes? Wer hat hier betrunken? Das passiert, wenn die kein... Okay, ähm... Gelernt. Menschen, die aus dem Zeitalter, wo... Fernsehen... Das, äh... Höchste aller Medien war, niemals den Fernseher wegnehmen. Sonst kommen die mit solchen... TV-Strahlen. Und bringen einen zur Strecke. Okay, und jetzt? Ah, okay. So kommen wir raus. So. Da ist der Nächste. Ich glaube, ich weiß, was jetzt passieren wird. Ready? Da kommt die nächste Sache auf der Liste. Zählt das schon? Wo ist er? Ähm... Autsch. Warte mal, was? Ich will mal was ausprobieren. Äh, nein! Ich wollte da nur wieder runter, ja? Ich komme da nicht mehr hin, okay. Alter, gerade wollte sich eine Mücke bei mir auf dem Arm bedienen. Nein, ich komme hier wirklich nicht mehr hin. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich jetzt im Nahhinein den Fernseher jetzt nochmal ausgemacht hätte. Während die da drüben ist, würde sich... würde die sich hier auch in den Tod stürzen oder so, um mich zu kriegen. So wie der nette Herr da oben. Äh, ich häng hier fest. Ich häng hier gerade fest. So. Ich würde sehen. Ach schade, der De-Spaunt hier schon einfach. Okay. Okay. Äh, komm. Hoch. Ja. Okay, es gibt jetzt keinen Weg zurück mehr. Und wer wünscht sich nicht auch so ein Bad mit offener Raumaufteilung? Und... 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 ... Da hinten sind auch noch welche. Da sind noch zwei. Die stürzen sich noch nicht in den Tod. Okay. Okay, doch. Und der letzte da hinten. Okay, das war's. Die Show ist vorbei. Will ich wissen, wie die Straßen da unten eigentlich jetzt... Obwohl, wir haben das ja gesehen. Da liegen Klamotten ohne Ende. Und die verschwinden ja selber an sich irgendwie. Okay, gut, dass ich zuerst da rübergegangen bin. Komm, los, los, los. Okay, die Geräusche gefallen mir schon mal nicht. Okay, hier kommt Strom. Hier ist Wasser. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Heilung! Heilung! Freddy, das zählt als Selbstverteidigung, ja? Der wollte mich umbringen. Der wollte mich umbringen, weil er kein Fernsehen hatte. Ja, ich habe Videobeweis, Freddy, also... Okay, irgendwas geht nicht. Hier geht's durch. Und jetzt ist unten da so ein Müll zerkleinert. Nee, doch nicht. Ich werde hier nicht zerkleinert. Das wäre lustig. Einfach mal so einen Weg und da ist so ein Müllschredder. Erklär das mal in den USA den Leuten, ja? Das reicht schon, wenn du dort, äh, wenn du schon allein auf dem Grundstück bist, von jemandem. Und die dürften dich quasi wegen Hausfriedensbruch erschießen. Das ist aber auch so ein Müll. Das ist wirklich. Das wäre lustig. Ja, ich habe Angst, wie. Das wäre lustig, wenn du da bist. Das wäre lustig. Wie geht's? Ich sage, ich sage, das bin ich. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage. Ich sage, ich sage, für diche. Aber du weinste. Ah, warte mal. Und Inno steht über allen Gesetzstexten. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah... Ah. Untertitelung des ZDF, 2020